Moin, heute hier wieder endlich aus meiner eigenen Zoe. Ich habe mich jetzt schon wieder knapp eine Woche darüber freuen dürfen, mit meiner eigenen Zoe zu fahren. Und ja, es ist deutlich einen Unterschied zu spüren. Also ich bin froh, dass ich meine Zoe Phase 1 wieder habe. Natürlich die ein oder kleinen Gimmicks aus der Zoe Phase 2 hätte ich gern, aber naja, was will man machen? Man kann es ja nicht alle zwei Jahre neues Auto kaufen. Gut, aber das heutige Thema soll ein ganz anderes sein. Und zwar hatte ich ja schon mehrere Videos dazu gemacht. Das war hier in der Zoe oder am Twizy, was am Canbus machen. Daten auslesen, Einstellungen hier zum Beispiel ändern. Und da habe ich jetzt schon mehrfach die Kommentare beantwortet, was ich denn für einen Adapter nutze oder was ich benutze hier für CanZE. Hatte ich zwar mehrfach schon in gewisse Kommentare drunter geschrieben, als ich gefragt wurde. Aber da die Frage immer wieder kommt, also immer und immer und immer und immer wieder, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal ein Video, um das vielleicht jetzt ein für alle Mal dann zu klären. Also fangen wir an, was benutze ich denn für CanZE? Also die App auf Android oder iOS. Ich bin, muss dazu sagen, hier ein iOS-User. Das heißt, da gibt es zwei Unterschiede. Und damit fangen wir gleich an. Android-User können Bluetooth oder Wi-Fi oder WLAN-Adapter benutzen. Also OBD-WLAN-Adapter oder OBD-Bluetooth-Adapter. Die Benutzer von Apple-Geräten, iOS, die können leider nur WLAN oder Wi-Fi benutzen. Fragt mich nicht, warum. Das ist jetzt bei Apple einfach so, dass das über Bluetooth nicht funktioniert. Gut, dann wären wir schon beim ersten. Das heißt, für CanZE, die Auslese-Sachen so, benutze ich diesen kleinen Adapter hier. Das ist ein V-Gate-Adapter. Zumindest ist das der Name davon. Findet ihr auf Amazon oder auf anderen Internetseiten. Sollte so um die 20 Euro kosten. Und damit könnt ihr halt dann die App CanZE benutzen und die ganzen Fahrzeugparameter im Stehen, während des Ladens oder während der Fahrt auslesen. Und um es da jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also, iOS-Geräte können nur mit Wi-Fi-Adaptern bzw. WLAN-Adaptern arbeiten. Und Android-Geräte können mit WLAN, Wi-Fi und Bluetooth-Adaptern arbeiten. Also, soviel zu CanZE-Adapter. Und das andere gibt es ja auch noch, was ich jetzt hier manchmal mache, hier mit DDT4ALL, also mit dem Computer. Und da krame ich mal hier in der Tüte rum. Und das ist dann hier kabelgebundener USB-Adapter. Und so sieht das ganze Ding aus. Wind findet man entsprechend auch in den Einkaufshäusern online, die ich eben gerade genannt habe, Amazon etc. pp. und sollte auch so um die, ich meine, der hier hat knapp 30 Euro gekostet. Und diesen Adapter findet man auch, wenn man eingibt OBD-Adapter Ford. Dann sieht das so ähnlich aus. Also, mit Kabel dran, OBD vorne und einem Schalter. Warum der Schalter? Das hat hier in der Zoe den Vorteil, wir können ganz entspannt umschalten zwischen dem Fahrzeug-Cannbus, also alles, was mit dem Antrieb, mit dem Fahrzeug selbst zu tun hat, und dem Multimedia-Cannbus, also unser R-Link, Einstellung beim R-Link und so weiter. Und dann gibt es aller Anliegen noch eine Sache, die ihr hier machen müsst. Und zwar, man sieht schon, dass das Label hier vorne ist nicht ganz so schön. Das hatte ich nämlich schon abgezogen. Ihr müsst, wenn ihr dieses Kabel kauft und dann bekommt, einmal das ganze Ding aufmachen und den Schalter neu verkabeln, weil der ist natürlich erstmal angepasst für Ford. Wenn wir das ganze Ding aufmachen, hoffentlich kommt mir jetzt hier nicht alles entgegen. So, nach und nach kriegen wir es garantiert auf. Dann sieht das Ding so aus. Ihr werdet jetzt hier nicht so viel sehen können. Ich werde euch das gleich nochmal in einer Nahaufnahme zeigen. Was ich aber sagen kann, wir haben hier den Schalter. Und dort gehen von der Platine zwei Kabel weg auf die mittleren Kontakte. Und von dort aus gehen dann ein schwarzes, ein grünes, ein rotes und ein weißes Kabel nach vorne zu unserem OBD-Anschluss. Also jetzt hier nochmal im Detail. Wir haben hier die beiden Kabel, die zum Schalter gehen auf die mittleren Pins. Und es gehen weg ein grünes, ein schwarzes, ein weißes und hier unten drunter ein rotes Kabel. Und die geht nach vorne zu unserem OBD-Anschluss. Wenn wir da mal einen Blick drauf werfen, sehen wir, an diesem Pin hier vorne war mal was angeschlossen. Das rote Kabel geht jetzt an den Pin 6. Da haben wir es. Und unten drunter, lass es einmal umdrehen, sehen wir. Der grüne geht an den Pin 12, der schwarze an den Pin 13 und der weiße geht an den Pin 14. Alle anderen Kabel, also die Kabel, die direkt von der Platine zum OBD-2-Stecker gehen, die bleiben so. Genau, dann baut das ganze Ding wieder zusammen. Und ich hatte es jetzt bei mir so gemacht, dass ich mir noch hier auf mein Etikett drauf schreibe, in welche Richtung der Schalter auf welchen Canvas zugreift. Ja, aber das wäre dann erstmal alles gewesen, was ich zeigen wollte. Also nur eine ganz kurze Übersicht, was für OBD-Stecker können wir benutzen, welche Adapter funktionieren mit iOS und Android. Und was für ein Kabel kann man benutzen, wenn man jetzt mit DDT4ALL arbeiten möchte. Und wie kann man dieses Kabel intern, also diesen Adapter bearbeiten, sodass man relativ entspannt einfach zwischen Fahrzeugkannen und Multimedia-Kannbus hin- und herschalten kann. Ja, das soll es an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video etwas mitnehmen. Ich hoffe für mich selber, dass die Kommentare nach dem, was das für ein OBD-Adapter, woher sie denn her, wie baue ich ihn um, vielleicht jetzt so ein bisschen abnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr jetzt hier nichts mehr, was mit Elektromobilität zu tun hat. Maßgeblich Zoe, Twizy und Zero. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.